Sollte es für deinen Unterricht nun einmal notwendig sein, dass du wirklich mit deinen Schülern kommunizierst, bietet Teams auch die Möglichkeit einer sogenannten Live-Besprechung. Diesen Button findest du im Reiter Beiträge, unten das Kamerasymbol. Mit einem Klick auf das Kamerasymbol öffnet sich nun das Besprechungsfenster und es aktiviert sich automatisch deine Webcam. Diese kannst du mit dem Punkt aus auch wieder ausschalten. Dann kannst du noch einen Titel angeben für deine Besprechung, in meinem Fall Testbesprechung und dann entweder jetzt besprechen oder eine Besprechung planen. Wir klicken hier gleich auf jetzt besprechen und nun hast du hier die Möglichkeit Mitglieder deines Teams direkt einzuladen oder die Mitglieder kommen von selbst in diese Besprechungsumgebung, da im Reiter Beiträge nun dazu ein Link eingefügt wurde. Hier siehst du die Zeitdauer deiner Besprechung, du kannst hier die Kamera aktivieren oder deaktivieren und mit dem Drei-Punkte-Menü kannst du die Besprechung auch noch aufzeichnen. Klickst du also zum Beginn dieser Besprechung auf Aufzeichnung beginnen, erscheint nun hier das Aufzeichnungssymbol und die Besprechung wird aufgezeichnet. Das ist vor allem dann ideal, wenn nicht alle Teammitglieder gleichzeitig an der Besprechung teilnehmen können. Ich aktiviere es noch einmal meine Kamera und du siehst hier nun die Übersicht, wie so eine Besprechung aussieht. Wenn du mit der Besprechung nun fertig bist, klickst du einfach auf das Auflegen Symbol und die Besprechung wird beendet. Nun siehst du hier im Reiter Beiträge die Testbesprechung. Die wurde nach 56 Sekunden beendet und hier wird im Hintergrund der Mitschnitt dieser Besprechung gerade auf Microsoft Stream hochgeladen und ist dann hier im Reiter Beiträge für alle Teammitglieder abrufbar und auch ansehbar. Nun möchte ich dir noch zeigen, wie du eine Besprechung planen kannst. Das geht wieder über den Button für die Besprechung, dann gehst du auf Besprechung planen und hier kannst du dann einen Titel einfügen. Fragestunde Dezimalzahlen. Erforderliche Teilnehmer könntest du hier hinzufügen. Ich möchte diese Besprechung am 13. März. Sie wiederholt sich nicht. Das Team Schulungstestklasse soll an dieser Besprechung teilnehmen und hier unten könnte ich noch Details eingeben, um was es in dieser Besprechung geht. Hier kannst du Fragen zu den Übungen aus dem Bereich Dezimalzahlen stellen. Ich freue mich auf euch. Dann sende ich das Ganze ab und nun ist hier im Reiter Beiträge die Testbesprechung bereits terminlich festgelegt und die Schüler und Schülerinnen wissen, wann die nächste Besprechung stattfinden wird. Nun möchte ich dir noch ein tolles Feature der Besprechung zeigen. Ich klicke nochmal auf Besprechung, dann möchte ich jetzt besprechen, schalte inzwischen meine Kamera aus und dann gibt es hier das Symbol Teilen. Mit Teilen kannst du entweder deinen ganzen Desktop teilen, in meinem Fall entweder Bildschirm 1, Bildschirm 2. Du kannst ein Anwendungsfenster teilen, zum Beispiel hier ein Word-Dokument oder du kannst auch ein Chrome-Tab teilen, das du im Chrome-Browser offen hast. In meinem Fall klicke ich hier nun auf das Word-Dokument und das wird nun geteilt. Ich kann nun daneben in diesem Word-Dokument etwas zeigen und die Schüler und Schülerinnen können das dann nachvollziehen. Wenn ich die Bildschirmfreigabe wieder beenden möchte, klicke ich unten auf Freigabe beenden und die Schüler sehen mein Word-Dokument nicht mehr. Unter dem Punkt Teilen gibt es auch noch die Möglichkeit, ein sogenanntes Microsoft Whiteboard zu teilen. Solltest du also im Besitz eines Tablets sein mit Stift, also einem stiftbasierten Tablet oder Laptop, kannst du hier nun Stifte auswählen und kannst in dieses Whiteboard schreiben und die Schüler und Schülerinnen sehen in Echtzeit deinen Tafelanschrieb. Du kannst Dinge natürlich mit dem Radiergummi auch wieder löschen. Mit einem Klick auf Präsentation beenden, könntest du dieses Whiteboard auch wieder schließen. Und wenn du die Aufzeichnungsfunktion aktiviert hast, im Drei-Punkte-Menü mit Aufzeichnung beginnen, können deine Schüler und Schülerinnen das Video sich auch jederzeit wieder ansehen. Möchtest du während der Besprechung auch ein Chatfenster zur Verfügung haben, bekommst du das hier über den Punkt Unterhaltung anzeigen und hier siehst du dann, wenn im Besprechungschat etwas zu deiner Besprechung gepostet wird.